So, da sind wir wieder, Level 40 Faden, jetzt haben wir gerade den Scheuter da hinten gezogen, der hat jetzt so ein Tor geöffnet, das ist das hier, können wir schnell sein, oh, gerade sag ich's, müssen wir schnell sein. Reicht zu langsam, muss ich nochmal, bleibt wieder da hinten, die blöde Sau, so, nochmal versuchen, das mal schneller, und hopp, hopp, ah, hopp, so, das mal haben wir's geschafft, jawohl, da bist du jetzt gefährlich, so, das speichert man lieber, da gibt's Haie, und Barracudas, Drecksviecher, da ist ein Haie, so, und hier ist das, Secret Nummer 2, der wollte mich fräsen, habst du's gesehen, die Drecksau, Schnell wieder zurück, sonst war nämlich da draußen eh nix, so, schauen wir mal, was wir jetzt haben, jawohl, jetzt weiß ich jetzt, der kleine Graf fällt noch, fällt noch, so, na, da rennt die wieder, gegen die Mauer, die blöde Sau, rauf hier mit dir, hier bimmeln von Schaltern, hier schon, Ich mach jetzt den Stil da auf Jetzt bleibt es wieder hänger an dem scheiß Eisenrohr dass sich die Frau so saudum anstehen kann Jetzt kann ich wieder einmal über den Block rennen So, hier das Tor Hier ist schon wieder der Schalter Der macht die Flammen da aus dass ich durchlaufen kann Hier, genau Wenn ich zu dem schalten kann Jetzt macht wieder ein Tor auf Wo war jetzt das wieder? Ich weiß es nicht Wahrscheinlich muss ich zurück rennen Oh, was war das? Ah ja, das war das vorne Das hat... Ah genau, hier ist noch ein Schalter Der macht die hinteren Flammen aus und die bleiben bedeutend länger aus Ich muss mich zwar schon schütteln Aber... Gar so schlimm ist es auch nicht Also... Jetzt müssen wir die hier vorderen noch ausmachen Dann sind beide aus Und dann kann ich da durch rennen Da drin da Da sind sie Ich komme jetzt zurück zu dem anderen Schalter Um die blöden Schlammen da hinten auch auszumachen Ah, hier Genau Jawohl Jawohl Jetzt setzt Olli aus Und jetzt kann ich durch So... Und durch Und schon wieder ein Schalter Blöder Fisch Blöder Fisch So... Jetzt speichern Weil das wird glaube ich das sehr, sehr... Das wird glaube ich sehr, sehr knapp mit der Luft Schnell da rauf So... Hier ist das letzte Secret Der goldene Drache Und noch ein Hebel Und jetzt wird es eng Jetzt müssen wir so schnell wie immer Richtung rauf Bevor es nachts ausgeht Schnell da raus Ah ja... Da ist ja schon krank Oder... So... Und gleich speichern Oh... Was ist das eigentlich hier? Hoppala Vollshit hast du da erwischt So ein... komischer Stummerberg Oh... 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 So... Oh... 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 Eine Holzkiste Für die Erzählung Oh... 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 So... Da ist dann wieder der Schalter Ich habe so viele Schalter wie in der Level gibt es überhaupt nicht In keiner anderen Also... In keiner anderen Level gibt es so viele Schalter wie da Na... Was macht jetzt der wieder? Ja spinnst du! Oh... Da ist was in die Luft geflogen So... Hopp! Es ist auch nicht einfach so einen Weg da durch zu finden Weil man so schlecht zeigt wo man landen kann und wo nicht Aber hier geht's So... Der nächste Schalter Was macht jetzt der wieder? Da wird wieder irgendein Wasser reinlassen So... Hier haben wir ausgedehnt So... Da dreht das noch so ein Loch Da müssen wir auch rein Und hopp! Oh... 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 Häh! So... Auf geht's zum nächsten Schalter Auf geht's zum nächsten Schalter Häh! 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 Was macht jetzt der wieder? Häh! Da macht ein Tier auf in dem Wasser, das wir gerade reingelassen haben. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo geht es jetzt da weiter. Da irgendwo, da drüben. Genau da. Speichern. So, jetzt schauen wir mal hier. Und an der Stelle machen wir mal Pause, bis zum nächsten Video.